Hallo na, da sind wir wieder. Moin Freunde, was geht ab? Neue Runde, neue Stunde. Ja, Gonzales und Clint hier. Falls ihr die letzten beiden Parts nicht gesehen habt, es war sehr schwer für mich. Also ich kenne das ja, wenn man am Boden geprügelt wurde und am Boden liegt, dann hört man auf, aber das hat ihn nicht interessiert. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Das stand's noch. Du warst noch voll am Stehen. Ja, ja. Also er ist weitergelaufen und hat immer noch mitgemacht. Aber, ne, ich lass mich nicht unterkriegen. Ne, ich auch nicht. Die Spinner. Alles klar. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Gutes Team. Schlechtes Team. Zehn. Zehn. Acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, neun. Das läuft ja wie verrückt. Neun, zehn. Ach man, nee. Ich hab da keinen Bock drauf. Auch so eine simulische Scheiße. Kaber, Junge. Kaber. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn. Neun. Ach man, guck mal, die ist bei neun, ne? Ist bei neun. Ja, die ist bei neun. Zehn. Ein Stern, danke. Oh, ich hab noch nie mal Trikotsponsor. Ich auch nicht. Da bin ich dabei. Oh, Albatin. Ich bin vierzehnter. Alles klar. Letzte quasi. Bis gleich. Wir sehen uns. Da sind wir wieder. Mit. Ja, mit. Mit. Mit was? Erzähl. Mit. Guck dir das super Team an hier. Ja. Er hat ein Schweißband wenigstens bekommen. Oh Mann, ey. Albatin. Trikofarben. Trikots. Ich glaub, die werden noch, die werden noch schlimmer. Och, der hat einen Zopf. Alles klar. Die werden noch, die werden noch schlimmer wie Danzig. Du willst mir was erzählen? Ja. Was denn? Ich werde, sprech dich aus. Ich werde Kalturschießen. Ich bezweifle, dass ich überhaupt noch mal in deinen Strafraum komme. Oh Mann, Silva. Oh, hierher. Guck mal. Jungs. Ey, zehn Minuten, 0-0. Ja. So gut war ich schon lange nicht mehr. Alter, ey. Vielleicht wäre das ja heute mal eine Nullnummer. Boah. Schäfer und Elfbeter schießen. Da hab ich reelle Chancen. Oh, das ist der Zauberfuß. Der mit seinem Zopf, Alter, der verwirrt mir auch richtig hier. Albatin, ey. Wie viele waren die eigentlich immer in der Liga, oder? Zweiter. Ja, die wollen wir jetzt eben, dass ich Zweiter sind. Ach, hör auf zu sehen hier. Die waren einstellig. Ach, Quatsch. Freistoß. Die sind nicht mehr einstellig in der einstelligen Liga. Doch, das sind einstellig. Hören wir auf, ja. Wunderprozentig. Ach. Ich war 14 und die hatten wesentlich besser. Hier muss er irgendwie so ganz gebliebt rein. Alles klar, ganz schlecht. Oh, der scheint schnell zu sein. Spielen an. Der hier? Ja, der scheint ein bisschen schneller zu sein. Mein Rechtsverteidiger hat sich gedacht, ach, da laufen wir jetzt erstmal nicht ganz so schnell. Und bremsst komplett ab, alles klar. Oh, du bist richtig, ich weiß doch das eigentlich. Warum denn? Weil du immer über die Seite spielst, wo der Typ die gelbe Karte hat. Das ist ganz einfach mal. Was mir nicht erzählen, was mir nicht erzählen. Das ist ganz einfach, warum ich das mache. Das ist immer alles ganz einfach. Oh, yes. Weil der Blick hier unten einfacher ist als der oben hoch. Oh mein Gott, wie lange der braucht. Das ist doch schon besser. Ich glaube, der ist verletzt. Wer? Der ist kleiner verletzt. Ach so, der Stoddermann da. Ja. Ja. Nö. Meine Fresse. Uh, der liegt. Ja, die liegen komischerweise immer. Oh, jetzt der Roberto. Ist das vormaltig hier? Ja, ja. Was? Igor ist das? Habe ich sofort gesehen. Dass es Igor ist. Dass es Igor ist. Hauptsache, ich habe nach unten gedrückt. Danke, EA. Also, diese Sache, die habt ihr bestimmt schon seit drei Jahren. Ne, ne, was habe ich getan? Ja, ne, faulen. Das, was du am besten kannst faulen. Ne, gar nichts. So, hier. Ja. Ja, hu. Sieht nicht so toll aus. Ich glaube, das Spielspiel, das ist nur zum Test. Ich bin zum Killerschuss, genau, kein Null. Drehst du hier auf den Teller, oder was hast du hier? Oh, ne. Junge, das ist fast 1-0. Was zur Hölle macht der Verteidiger mal? Ich habe. Achte mal, achte mal hier auf den eigentlich. Guck mal, der rennt einfach weg. Null. Der hat sich gedacht, den fange ich jetzt ab. Da bin ich, ich leite schon mal den Konter ein. Ich habe das überlegt. Der Torwart hat ihn. Und was, das hätte das 1-0 sein können? Eigentlich müssen, müssen. Ich will ja nicht sagen, aber es hätte sein müssen. Deswegen spiele ich auch nur die Fehlpässe. Ja. Was? Ja. Warum? Weil ich hier nur weggerübelt wäre. Ja, weil vielleicht liegt das an deinem, an deinem fehligen Können. An meinem fehligen Können? Am Fehligen? Am ich im Pfahl, oder was? An deinem, was fehlt? Jetzt kommt der Boss-Player. Oh, Sahne! Yo! Genau. Marvel. Top Sahne. Das war Top Sahne. Das war Top Sahne. Das sehe ich auch so. Och. Was ist? Hat er sich Spider-Man-mäßig versteckt oder? Ja, voll versteckt. Keine Ahnung. Alter. Jetzt ist er. Da ist er doch. Ich hasse dieses Spiel. Wir spielen nicht wieder FIFA. Das ist doch zum Kotzen. Was kriege ich denn noch so eine Scheißmannschaft? Warte. Guck mal. Machen die auch nicht. Ich habe einen neuen Jubel, nämlich. Wenn ich den mache, dann laufen sie. Laufen sie und dann machen sie. Echt? Und alle bleiben stehen und dann geht es weiter. Wo? Voll Laser, wie du abgehst. Aha, aber hier ist es nicht. Du hast den Plan von der Chef freigeschaltet? Nee. Warte, 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 warte. Das kommt, weil ich immer nur Karriere mit Albertin spiele. Und dann läuft es nicht so, oder was? Läuft er rückwärts. Spiel durch Abstieg. Oh, guck dir den Zauberfuß an. Die läuft ja immer nur rum. Oh, jetzt fällt er hin. Was ist denn das für ein Vollidiot? Jetzt habe ich den Tor. Warte, ich habe ihn. Das hast du richtig offen. Ja. Das ist der pure Hass, der hier durchgeht. Hm, natürlich. Immer ein Stück. Ja, ich weiß nur wieder. Das ist ja auch. 59 hat er. So, Maschine. Und dann wechseln. Guck dir das an, Mann! Noch nicht mal grätschen können die. Weißt du? Noch nicht mal das können die. Das hast du viel passen. Hihi. Viel pass? Kenn ich. Weißt du? Am Gegner vorbei rennen? Kenn ich auch. Warte kurz, ich kann wechseln. Ja, ich kann auch wechseln. Ach komm hier, Al-Shamarie. Viel schlechter ist er nicht. Komm mit meinem Team. Oh, ja, da habe ich gepennt. Oh! 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 Nochmal Nägel. Oh Gott, das ist schon eh, Danny. Oh! Aber soll ich dir was sagen? Das ändert sich im nächsten Spiel. Ja, ja, ja. Da kriegst du dann wieder gleich so... Du, ich warte seit vier Wochen da auf. Das ändert sich. Da warte ich vier Wochen drauf. Bestimmt. Hier. Das ist ja ein Tor. Ja. Aber der Granddaddy. Oh! Alle feiern ihn. Ne, ich nicht. Nicht? Ne. Aber guck mal, war das für eine Tor. Das ist ja schon der Verteidiger. Das ist der Wahnsinn. Das ist der schon rausgeholt. Der musste eine Zweikampfbilanz von zwei Prozent haben ungefähr. mit den mokka-farbenen. Nicht die Straße. Der Ball gerade vorbei, ne? Liegt das in den Gift? Oh, jetzt kommt die Hange noch. Felt gut, felt gut. Oh, hast du einen Zweikampf gefunden? Oh, bist du ein ganz toller. Wir haben mal drittes Calling, ich sag dir das. Du redest dir auch nicht stark. Halt die Fresse. So, hier, warte rein, die Mobil. Mit links, mit links. Ich hätte genauso gespielt, hätte ich genauso gemacht. Dann ist das sehr gut. Und ich habe echt nicht gelogen, schlechter wie Danzig. Was war das, wenn? Ja, dann freut er sich. Die Skellanos hier, ey. Da war ja mehr Ab... Abseits! Eigentor. Und er jubelt. Kannst du mal sehen. Oh, bestimmt gibt es nur eine Minute nach Spielzeit oder so. Ist ja noch nichts passiert. Pro Tor eine Minute. Drei. Ah, alles klar. Okay. Oh, yes! Jetzt weiß ich alles. Maschine. Jetzt weiß ich auch wirklich alles. Guck mal hier, guck dir das an, ey. Was? Nur Zeit, nur auf Zeit. Ja, ich weiß. Ist okay, wir spielen auch zurück. So machen das die Profis. Man möchte auch Tor schießen. Aber ist ja auch egal. Ist doch eigentlich auch völlig egal. Weil, was soll ich denn... Was soll ich mit der Scheiße hier anrichten? Ja, ja. Jetzt können die Superpässe nochmal hier. Mach doch mal. Willst du dir noch einen Seitfallzieher machen? Der geht auch rein. Komm. Ja, warte. Glaubst du mir? Ja, mach ihn. Ja! Ist doch kein Problem. Warum machst du denn keinen Seitfallzieher? Ja, hab ich versucht. Ja. Wie er läuft. Ja. Ach, ihr... Alter. Oh Mann, ich warte auf den Tag. Der Tag wird kommen. Ja, warte. Warte. 10-0. Nein, der wird nicht kommen. Der wird kommen. Nein. Du meinst 10-0 gegen den Computer? Der muss kommen, Alter. Der muss kommen. Ja, Gott sei Dank pfeifst du ab. Wenn ich auch so viel Spaß hatte wie ich, dann lass doch mal einen Daumen da. Immer. Immer Daumen da lassen. Und falls es uns nicht gefallen hat, dann hör doch mal ab. Wenn ich auch so viel Spaß hatte wie ich, dann lass doch mal einen Daumen da. Negativ bewerten. Das ist unmöglich. Das ist alles unmöglich. Das ist alles unmöglich. Das ist alles unmöglich. Einfach, ne? Ja. Lässt du das jetzt mal hier? Lässt du mal die Technik in Ruhe hier? Die Technik? Lässt du jetzt mal... So, wir sehen uns mal nächstes Mal. Drei Jahre. Na so wenig.